Aber Larissa, wenn ich dich schon mal hier habe und du so ein musikalischer Gast bist, dann will ich natürlich ein Musikspiel mit dir spielen. Und wir spielen ein fantastisches Spiel und das Spiel heißt... Ja, wir dürfen alle schon mal richtig Angst haben, denn wir spielen das wunderschöne Schlagerquiz mit Friedemann Weise und das geht so. Unser lieber, wenn auch etwas irre, Kollege Friedemann Weise, singt einen tatsächlich existierenden Schlager vor und dann stoppt er mittendrin und wir müssen uns dann in diese unfassbar kranken Gehirne der Schlagertexte reindenken und raten, welche beknackte Liedzeile wohl als nächstes kommt. Hast du das verstanden? Dann wir schaffen das. Der hier ist von Bernhard Brink. Bitte bleiben sie trotzdem dran und wir Wir tranken Kai Pirinja eine ganze lange Nacht und ich bin mit sieben Katern in der Birne aufgewacht. Wir haben geredet und gesungen, haben getanzt und viel gelacht. Oh Gott, ist das alles ernst gemeint? Gesungen? Nur an ihre blöde Nummer habe ich Trotteln. Doch als ich nicht genuschen wollte, war schnelle Schichte. Und dann habe ich ein paar Tropfen in ihrem Trink. Erst wollte ich nicht, aber dann waren irgendwie diese Tropfen in meinem Trink und dann fand ich ihn ganz attraktiv. Es gibt doch so ein ganz altes Schlager, so ein ganz alter Schlager. Nein heißt ja, wenn man lächelt so wie du. Das ist richtig krank. Ja, deswegen kann das schon sein. Ich glaube, es ist B. Ich wäre jetzt, ich tendiere zu... Ich sag A. Ich mach B. Ich mach's B. Okay. Was ist denn die Lösung? Wir haben geredet und gesungen, haben getanzt und viel gelacht. Nur an ihre blöde Nummer, hab ich trotzdem nicht gedacht. Ich freue mich irgendwie nicht so richtig, weil es ist nicht so schön, das zu können. Ich freue mich auch nicht, weil ich hasse es zu verlieren. Das macht mich ganz aggressiv. Ehrlich? Ja, ich kann, also ich war jetzt gerade so... Cool für dich, dass du gewonnen hast gerade, Karo. Das ist aber ein gutes Gesicht. Bist du bereit für die zweite Runde? Ja, das bin ich. Okay, Friedemann, bitte. Der nächste ist von Andreas Gabalier. Ich könnte viel über ihn sagen, aber darf ich nicht. Es schmeichelt uns sehr, doch es macht uns nicht an. Warum muss denn ein Dirndl heute sein wie ein Mann? Völlig verbissen, schon fast verkrampft, emanzipiert. Oh Gott. Alter, wenn das völlig verbissen, schon fast verkrampft, emanzipiert. Zu starke Frauen fühle ich mich kastriert? Nee. Oh, bitte. Oh Gott. Sodass man die ganze Freude am Knuspern verliert und manche von den Madeln sind nicht mal rasiert. Alter, das ist alles eine Vollkatastrophe. Ey, jetzt mal ganz ohne Witz, du kannst doch nicht so einen Song schreiben und dann erwarten, dass irgendeine lebende Frau dir noch die Hose aufmacht, oder? Weißt du was, ich meine, der muss doch irgendwie... Ja, weil guck dir mal die Rapper an. Ich meine, da im Endeffekt singen die nichts anderes. Ja, aber das ist ja Englisch, das verstehen die meisten. Nee, das ist Deutsch. Ja, stimmt. Ja, da ist ja dasselbe. Ich glaube, der wollte lustig sein und hat gesagt, komm, die waren jetzt nicht mal rasiert. Ich glaube, B irgendwie. Diese Freude am Knuspern, in jedem Schlager wird doch immer schön geknuspert an der Frau, die eigentlich nicht will. Aber wenn man lange nur knuspert, dann. Also ich sag B. Völlig verbissen, schon fast verkrampft, emanzipiert, so dass man die ganze Lust am Knuspern verliert. Glückwunsch. Wie traurig das ist, dass der dann die Lust am Knuspern verliert. Was, die will genauso viel verdienen wie ein Mann? Nee, jetzt krieg ich keinen mehr hoch. Ich mag nur knuspern, wenn sie schön am Boden liegt. Sehr Glückwunsch, Carolin. Danke. Das, siehst du, jetzt hab ich schon wieder gewonnen. Das natürlich. Wir gucken mal. Nummer drei. Der hier ist von Vox Club. Die sind super erfolgreich und super schlecht. Du kommst auf mich zu, mir wird schwindelig. Die Scharts sind mir egal, du bist der Hit für mich. Du kommst mir nah, du hast heiß gerochen. Ah. Du kommst mir nah, du hast heiß gerochen. Ist das gerappt? Ich hab mich in dich verliebt bis auf die Knochen. Oh Gott. Nach einem Schluck vom Bier ist das Eis gebrochen. Hab ich gebrochen. Was ich damals nicht wusste, du heißt eigentlich jungen. Uh, dieses Pseudo-Gereppe ist auch ein bisschen äh. Also ich fand das schon lustig. Ich wär jetzt für C. Ach so, sind die so lustig? Sind das so lustige Schlagerleute? Also mich hätten die damit schon, da wär schon, dann hätt ich schon mal gekluckst. Ehrlich? Wär das so? Ich bin da ganz leicht zu überzeugen. Ehrlich? Ich find vieles ganz lustig. Ja gut, also Jochen könnte ein lustiger... Also ich bin für den Jochen. Und du, Caroline? Ich sage, ja, A. Du kommst mir nah, du hast heiß gerochen. Nach einem Schluck vom Bier ist das Eis gebrochen. Was? Wahrscheinlich K.O.-Tropfen. Muss man immer auch. Shit, okay. Keiner hat gewonnen. Aber ich war näher dran. Ja. 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 Du warst näher dran. Also eigentlich geht der Punkt schon ein Stück weit an mir. Ja, eigentlich geht der Punkt an Larissa. Also steht 2 zu 1 für mich. Okay. Gut 2 zu 1 für Larissa. Okay. Ich fühl mich ganz wohl hier. Okay, weiter. Der hier ist von Michael Wendler. Ein alter Song, 14 Jahre alt. Oder wie Wendler sagen würde, fast legal. Aus der Kirmes um halb 8. Beim Autoscooter fahren. Da wurde ich plötzlich wach. Denn du fuhrst mir in den Wagen. Am Kettenkarussell. Aua. Da sahen wir uns wieder. Und dann? Boah. Ich hätte gesagt, sahen wir uns wieder. Wie kann man nur so süß sein? Du, das haut den Wendlern nieder. Oh Gott. Am Zuckerwattestand sang ich dir eines meiner Lieder. Dann hat sie gekonzt. Seh doch, du bist schon über 18. Oh, ab und komm nieder. Aua. 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 Ich hab zuerst A. Indem Holden. Wir sind nicht, ich bin der Gast. Ja, okay. Ja, du kannst A sein. Aua. Dann wäre ich A und du C. Moment. Darf ich selber aus innen? Du wärst wohl A, oder ich wäre wohl B. Okay. Am Kinderkarussell, da sahen wir uns wieder. Wie kann man nur so süß sein sein? Du, das haut den Wendlern nieder. Oh mein Gott. 2 zu 2. Und ich würde sagen, das ist ein fantastischer Endstand für dieses wunderschöne Geschlager-Quiz mit Larissa Ries. Vielen Dank.